Dezember im Rheinmann-Forst. Es ist wieder soweit. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen zur großen Drückjagd im Forstgut Rheinmann im Jahr 2022. Erlebt mit uns das Drückjagd-Spektakel des Jahres. So kann doch der Jagdstag starten. Drei Schuss, drei Saunen. So muss das sein. Achtung! Dicke Bache! Ich hab die Büchse schon zur Seite gelegt. Jede Erwartung wurde übertroffen. Juhu! Willkommen zur Drückjagd des Jahres. Juhu! 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 Demand. Die Drückjagd des Jahres, präsentiert von RWS.